Achso, du musst sie knallen lassen anscheinend so. Genau, wenn er angreift. Ja, toll. Ja, genau. Ja, super. Klappt super. Perfekt. Ja. Alter. Hallo Freunde und willkommen bei den deutschen VR-Gamern. Ich bin D&C und ja, wir hatten eben keinen Puls, aber jetzt schon. Was geht hier ab? Da würde ich mal sagen, herzlich willkommen bei Reborn Samurai Awakens. Ja, da bin ich ein paar gespannt, was wir da jetzt hier erleben werden und ob sich das Spiel auch lohnt. Es ist am 6.11. rausgekommen und kostet circa, glaube ich, 15 Euro. Und ja, wir haben den Key geschickt bekommen von den Entwicklern. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank natürlich. Und ja, wie gesagt, wir schauen nochmal jetzt zusammen rein, Freunde. Und ich würde sagen, bis gleich. So, dann geht's los. Wir haben hier Optionen, da kann man aber leider nur jetzt hier die Sprache einstellen. Also keine Bewegungseinstellung oder sowas. Gut, machen wir ein neues Spiel. Fortsetzen war schon da, als ich hier das gestartet habe. Ich weiß jetzt auch nicht, warum. Also, angezockt habe ich es noch nicht. Ähm, ah, jetzt. Achten Sie zuerst auf Ihre linke Hand. Bewegen Sie sich mit dem Move... Mit der Move-Taste. Bewegung. Bewegen Sie sich, ja, okay. So. Ja, okay, die Hände sehen schon ganz cool aus. Ach, du Scheiße, oh Gott. Interface. Bestätigen... Betätigen Sie den T-Taste. Wenn die Hände des Charakters leer sind, um das Schnittstellenmenü zu bedienen. Okay. Oh Gott. Ich weiß nicht, ihr seht das bestimmt auch, oder? Alter, wenn ich hier laufe, es ruckelt... Es ruckelt übertrieben. Boah, beim Laufen. Nur beim Laufen, Moment gerade. Pistolen-Modus. Betätigen Sie im Pistolen-Modus den T-Taste. Betätigen Sie im Pistolen-Modus den T-Taste am Steuerung der Bewegung, um zu schießen. Okay. Ja. Merkt nur die Waffen, was? Oh mein Gott. Ha, ha, ha. Und das ist Ihre rechte Hand. Was? Ich konnte nichts mehr lesen. Ah. Ja. Oh, ho, ho. Oi. Hui, hui, hui. Da kracht's aber. Komm her, mein Freund. Na los, komm her. Oh. Komm schon, nochmal. Huah. Wer will noch? Okay, wir haben Laserschwerter. Schwerkraftangriff. Halten Sie die Kreistaste gedrückt, um den Schwerkraftangriff zu verwenden. Ah. Ja. Ho, ho, ja, ja. Okay, hier auch. Okay, weiter geht's. Äh, wo ist meine andere Hand? Oh, da. Teleportation. Verwenden Sie den Schwerkraftangriff auf bestimmte Objekte in der Bühne, um zu teleportieren. Ah. Ah, ja. Okay. Alter, es ruckelt beim Laufen. Unglaublich. Es ruckelt beim Laufen, aber eigentlich nur. Hier jetzt so nicht. Aber Laufen ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, und jetzt? Oh. Oh, hallo. Ey, hallo. Bleib mal weg hier. Ja. Kann ich nicht mal abwehren? Doch, jetzt. Ja, 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 ja. Ich bin... Pass lieber auf, Junge. Ich bin... Ich bin gleich tot, wenn ich so weitermache. Hallo. Hä, warum kann ich das hier nicht abwehren? Hä? Ich weiß nicht, wie man abwehrt. Waffen wechseln. Drücken Sie... Viereck-Taste auf den Motion-Controller, um die Waffen zu wechseln. Yeah, hallo. Watt los... Ey, was? Achso, er teleportiert sich weg. Ey, geh mal weg hier. Ja, 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 ja. Watt los, watt los, watt los. Okay. Hä? Guck mal, der bärt nicht ab. Der bärt nicht ab. Ich hab doch die Laserschwerter da. Hä? Das versteh ich nicht. Hä? Ich wär doch ab. Verdammt nochmal. Muss ich die zusammenknallen oder so? Bin er angreift? Ah. Die anscheinend. Hua. Pass lieber auf, Minion. Ich bin Luke She-Walker. Pass lieber ganz genau auf. Luke She-Walker. Am Start. Das heißt übersetzt. Skiläufer. Nächstes Jahr sind die Olympischen Spiele und du wirst mich nicht daran hindernd, daran teilzunehmen. Ja. Was machst du denn da? Ey, ganz komplex gerade irgendwie. Der wehrt immer nicht ab. Komm mal. Hallo, ich wehre ab. Was macht der denn da? Ja, jetzt? Ja, 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 ja. Okay. Special Angriff. Kommt jetzt. Ich nenne ihn... ...den Fummler. Ja, 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 ja. Valka auf. Ja. Come on, Baby. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Kommt, ich bin bereit. Los. Genau du da. Heia. Komm. Heia. Ah. Du willst es auch wissen? Kennst du schon die Fummler-Attacke? Ey, er wehrt wirklich nicht ab? Ey, unfassbar. Hä? Ah, okay. Du musst... Ach, Jai muss sie... Äh, 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 äh. Du musst sie knallen lassen anscheinend so. Genau, wenn er angreift. Ja, toll. Ja, genau. Ja, super. Klappt super. Perfekt. Ja. Okay, komm her. Jetzt. Ih, was kann ich da... Was ist das? Was ist das? Hä? Was ist denn das? Ich hab keine Ahnung, was das sein soll jetzt hier gerade. Ich hab gerade eine Taste gedrückt. Abwehren ist echt scheiße, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Okay, es reicht. Du willst es wirklich aufnehmen? Bäm, bäm, bäm. Freunde, wenn ich loslege... Oh Gott. Dann ruckelt es beim Laufen. Also, ich kann mich auch nicht drehen oder so. Drehen kann ich mich gar nicht. Ich kann nur vorwärts laufen. Also, ich hab jedenfalls keine Taste gefunden für Drehen. Yeah. Okay. Teleportation. Jetzt sind wir auch noch Son Goku. Äh, Teleportation. Teleportation. Oder muss ich irgendwas hier mitmachen? Ah, okay. Oh Gott. Nein! Nein! Ihr werdet mich nie aufhalten! Ich werde zu den Siths gehen! Ich werde böse! Ihr könnt nichts dran ändern! Mann! Du Arsch! Oh oh! Oh nein! Oh nein! Geh weg! Komm, komm, komm! Zack, zack! Ja! Oh, der ist ganz langsam. Zack, zack, zack! Hier! Hier sprühen die Funken! Alter Schwede hier! Zack, zack, zack! Komm her! Ja! Hier fliegen die Funken, besser gesagt. Komm her, mein Freund! Also irgendwie, ich mach jetzt immer den gleichen Move, aber jetzt kann ich gar nichts anderes machen. Ja, ich bin ein Cyber-Samurai! Pass lieber auf! Hallo! Komm her! Drück nochmal die Taste. Bringt das irgendwas? Hast du seine Lebensenergie, oder was? Nee, entschuldige... Hä? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Doch, ich glaub ja. Ja! Hallo, Freunde! Wollt ihr meine Freundin sein? Ey, was wollt ihr so böse zu mir? Was wollt ihr? Ey! Hallo, hier knallt's aber gleich, ne? Ja! Was denn jetzt wieder? Was hab ich denn jetzt da eingesammelt? Komm her! Ich kann nicht abwehren! Unfassbar! Es regt mich so krass auf gerade, ganz ehrlich! Nee, geht nicht! Hüah! Jetzt! Ich bin ein Megatyp mit Mega-Ausdauer! Unfassbar! Komm her! Komm her! Los, komm schon! Die Party ist da! Ja, und die Abwehr-Party auch! Ja, ja! Pam, 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 pam! Pam, 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 pam! Was ist denn das Grüne immer? Ja, okay, jetzt reicht's aber langsam hier. Können wir mal weitermachen? Pam, du bist tot! So, bam! Ach nee, nicht noch einer hier! Komm her! Pew, pew, pew! So, jetzt haben wir abgewehrt! Zack, zack, zack! Yeah! Hei, 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 schnitt für schnitt! Und du bist am Ende, mein Freund! Und ihr? Piepsnasen, was wollt ihr denn jetzt von mir? Ha! Ha! Hei, hei, hei! Ha! Unbesiegbar, mein Freund! Äh, wie viele kommen denn hier noch? Ne, 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 ne! Ne, 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 ne! Los, komm her! Schieß nochmal! Komm her! Put, put, put! Komm! Ihr ein bisschen ganz feiner! Komm her! Komm! Ach, Mensch! Wat? Missionsende! Okay, Trophäe! Nun, Sibon, ich denke, wir haben eine Einigung erzielt! Gehen Sie jetzt zum Tisch! Ich habe eine Aufgabe für Sie! Bam! Bam! Also beim Laufen, wie gesagt, ist es sehr, so ruckelt ein bisschen, aber im Stehen wenigstens nicht, wenn man jetzt kämpft oder irgendwas, dann nicht! Und Projekt Reborn synchronisieren Sie die Slide CA 0032 XXX Mission! Unvermeidbarer Feindangriff! Wählen Sie aus, um einen Gegenangriff durchzuführen! Achso, das haben wir eben gemacht! Okay! Hallo! Hallo! Oh, wow! Alter, was? Da ist ein Riesenklotz! Ah, das ist so einer! Alter, okay, andere Gegner! Neue Feinde! Hier ist gar nichts! Nur Data! Nur Data! Hallo! Auch nicht! Hier auch nicht! Hier aber! Aber hier ist nichts! Seit Asura besiegt wurde, scheint CA blablabla in diesem Monat von den Feinden gesperrt zu sein. Und schließlich hat uns sogar der Feind der Universumsfestung gefunden. Mann, geht doch mal... Och, jetzt habe ich mein Mikro gehauen, Mensch! Geh doch mal jetzt einfach weiter, komm! Ui! Vier Arme! Hat versucht, Asura zu finden und schließlich fanden wir Asura zusammen mit den biochemischen Produktionsorganen des Feindes. Aber ich habe das Gefühl, dass uns das alles absichtlich ausgesetzt war. Okay, mach mal der Reihenfolge nach. Mal zum Testen weiter. Oh, guck mal! Hier soll ja so ein Drache oder irgendwas! Ein Cyberdrache! Mann, geh doch mal jetzt weiter! Mann! So, unter Broken Blade, Alter! Deckung gelingt es, die Einrichtung zu betreten und die Mission abzuschließen, obwohl die Feinde viel stärker sind als erwartet. Okay... Das Problem ist... will er nicht sein? Ja, dass du ein Drache REINERío – nicht deutlich weiter. In der Stelle Body, sleep ja mal. Be 65! Lasz das Dre M themselves in neurop Рbruch nicht schon mal ver Bulgarien. Und dann halten wir ja den vault uns hin. Benar Ogl. acy... Schroben.